Wie genau funktioniert das eigentlich mit dieser Forschung? Wann ist man weit genug, dass man seine eigenen wissenschaftlichen Papiere veröffentlichen kann? Und was macht der da eigentlich? Das sind nur einige der W-Fragen aus den letzten Folgen von Minecraft und Forschung. Und heute möchte ich mein Bestes tun, einige von diesen Fragen zu beantworten. Und außerdem sind wir auch in einem etwas anderen Setting. Herzlich willkommen in Craft Attack 11. Ja, ich habe nie gesagt, dass sich Minecraft und Forschung nur auf ein einziges Minecraft Modpack reduziert. Stattdessen soll das mehr oder weniger das widerspiegeln, was ich gerade eben so in Minecraft mache. Und das ist gerade eben seit ungefähr zwei Wochen definitiv Craft Attack 11. Warum ich aussehe wie ein Pirat, das möchte ich gleich erklären. Davor aber kurz einige Worte zur heutigen Folge. Natürlich mit To-Do-Liste. Ich möchte heute tatsächlich die ersten der W-Fragen beantworten auf acht Kommentare insgesamt heute eingehen. Und es ist noch so viel mehr unter den Folgen. Also vielen Dank für die ganzen tollen Kommentare. Gerne dürft ihr auch heute wieder Kommentare zu den Kommentaren und neue Fragen stellen. Mein Ziel ist es wirklich auf alles einzugehen, dass es hier so umfassend wie möglich ist. Und wenn ihr Bock habt, dann können wir das gerne so umfassend und umfangreich machen wie möglich. Außerdem möchte ich heute ein bisschen Villager Trading machen. Ihr seht, ich habe schon Emeralds und Eisen im Inventar. Ich möchte besseres Vergibend herstellen. Und dieses Haus fertigstellen. Denn das, was ihr da im Hintergrund seht, das ist meine Starterbase in Craft Attack 11. Und das will schon was heißen, weil ein vollständiges Haus in Craft Attack gebaut habe ich das letzte Mal. Naja, also 9 und 10 bei mir waren jetzt, ich meine 9 mit dieser Insel am Rande der Welt. Das war ganz geil. 10 war bei mir eher so ein Rohrkrepierer. Da habe ich zwei Basen gebaut. Aber am Schluss war das auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und so 11 ist halt einfach nur mega geil, weil ich hier zusammen mit der Pirate Crew, Papagei, ich kann das nicht aussprechen, Crew hier arbeite an einer gigantischen Pirateninsel. Und unsere Starterbase quasi von der gesamten Crew, das ist hier Bamboo Bay. Und das hier ist mein Haus. Es ist noch nicht ganz fertig, aber es hat einen wunderschönen Ausblick in die Bucht. Ich bin natürlich viel zu spät quasi erst dazugekommen. Da war nur noch dieser Baugrund hier offen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag es total. Auch wie viele Leute hier abends immer da sind, kann man immer ein bisschen reden. Ich habe oft einen Stream im Hintergrund an und spiele einfach so ein bisschen für mich. Ich muss sagen, ich hatte so viel Spaß in Minecraft schon wieder lange nicht mehr. Auch wenn mir Modern Minecraft viel Spaß macht. Aber Vanilla Minecraft und Spaß. Also ich hatte das mal einfach so spaßeshalber für mich probiert und in der neuen Version gespielt. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Aber das hier ist schon mega geil. Deswegen nehme ich es heute mit als Grundlage quasi für die heutige Folge und widme mich W-Fragen. Ist das cool? Ich hoffe ja. Und jetzt hört mal sehr genau zu. Achtung. Ja, ich habe den alten Sound wieder gefunden. Wie in viel bisschen für dich war auf Skyblock Expert Mode. Da kann ich nur sagen, die Nostalgie kickt. Vielen Dank fürs Zurückkehren. Du bist einer der geilsten Minecraft YouTuber ever. Vielen Dank. Also nicht nur unter der ersten Folge war ja wirklich extrem, extrem freundliche Kommentare und alle haben mich sehr willkommen gehießen. Auch in der letzten Woche, was mir alles in diesem Real Life passiert ist. Ich glaube, ich wurde mindestens dreimal angesprochen diese Woche, was viel ist. Also normalerweise ist das so, dass ich alle zwei Wochen ungefähr mal irgendwie auf der Straße oder so angesprochen wurde. Dieses Mal war es dreimal in einer Woche. Einmal in einer Bowlerhalle, einmal in einer Vorlesungssituation, wo ich eine Übung gehalten habe und danach noch jemand vorbeigekommen ist. Ich freue mich immer mega. Also ich bin nicht einer der Leute, die dann, also außer irgendwie, es ist eine total awkward Situation und ihr erwischt mich gerade irgendwie, wie ich meine Nase putzend an der Ampel stehe. Okay, diese Bahn ist offenbar aktuell in einer Construction und gerade irgendwie einfach nur versuche, Tränen aus den Augen zu bekommen, weil ich mit einem kalten Fahrrad fahre. Die Situation gab es auch schon, aber anders als das freue ich mich immer sehr, mich über meine Arbeit, die ich damals gemacht habe oder die ich jetzt noch mache, zu unterhalten. Also ich finde das alles mega cool. Und die coolste Begegnung hatte ich tatsächlich hier auf dem Craft-Attack-Server, wo mich einer der Mitspieler, also die ich nicht kannte, ich meine, wir sind 60 Leute, es ist längst vorbei, dass ich auch nur annäherungsweise alle Leute kenne. Ich kenne ein paar Leute, mit denen ich hier zusammenarbeite, so Klüm und Riol und Dustin wollte ich gerade sagen, das ist Riol. Und Zinos und Halswillingen und so, die direkt um mich rumbauen, so okay, alles klar, aber natürlich kenne ich nicht alle auf dem Server und da hat mich jemand auf mein Thumbnail-Tool angesprochen, was ich voll cool finde. Erinnert sich noch jemand an Skates Thumbnail-Tool? Ey, das ist auch richtig lange her. Ja, also finde ich irgendwie krass. Die Nostalgie kickt auch bei mir und deswegen mal gucken. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr lieber habt, ob ich wieder modded quasi das nächste Mal nehmen soll als Basis für dieses Gelaber hier über meine Forschung oder doch lieber hier. Ich weiß es nicht, wie immer ist das alles ziemlich, ziemlich offen. Aber ich würde sagen, während ich jetzt mir ein paar Bücher trade, denn ich brauche ein paar Dinge, schalten wir nochmal schnell hier um. Ah, dieser Sound. Und kümmern wir uns mal kurz um die zweite Frage, denn die ist, könntest du mal deine To-Do-List veröffentlichen. Also das, was ich gerade eben gemacht habe, das kann ich super schnell abhandeln. Nein, kann ich nicht. Der Code ist uralt. Ich habe auch nur noch das Kompilat gerade hier. Ich habe das ausgeführt und es läuft und ich fasse das nie wieder an und der Code ist unendlich hässlich. Ich müsste das eigentlich neu programmieren. Aber weil die Frage so oft gestellt wurde, habe ich sie dann nochmal eben kurz hier adressiert. So, nächste Frage. Jetzt wird es richtig spannend. Hey, es geht mir für dich interessieren, ob deine Paper-Plan ist, dieses Prinzip weiter auszubauen und vielleicht sogar in IDEs integrieren und Vorhersehbares zu melden. Also, was meint die Fragestreiberin Klompi damit? Lass mich das kurz erklären, während ich den Unbreaking-Villager suche, denn ich brauche mindestens ein Unbreaking-Buch. Ja, mehr wäre besser, aber ich denke, ein Unbreaking-Buch sollte für den Anfang genügen. Ich mache ja Forschung zur Analyse von Vertraulichkeit unter Ungewissheit. Falls ihr die letzten Folgen irgendwie nicht gesehen habt oder so, dann schaut dort nochmal nach. Das Prinzip ist eigentlich total einfach. Du hast eine Software-Architektur zum Beispiel oder in irgendeiner anderen Form ein Datenflussdiagramm, was du da rausgezogen hast. Und dann annotierst du dort Ungewissheiten und meine Analyse, meine Forschung sagt dir dann, ob die Vertraulichkeit trotzdem gewahrt ist, im Worst Case quasi. Oder wie genau die Ungewissheiten aussehen müssen, damit es trotzdem noch funktioniert mit der Vertraulichkeit, okay? Das ist quasi so das, was ich mache. Und das ist natürlich, und das ist das allererste, was ich hier mal festhalten muss, Grundlagenforschung. Also das ist nicht angewandte Forschung mit den Daten von, cool, hier kann man Redstone kaufen, und Enderperlen. Ich brauche eine Enderperle für meine Enderchests. Oh, das ist gut, die nehme ich auch mit. Richtiger Shopping-Ausflug ist das hier. Das ist natürlich zuallererst mal Grundlagenforschung. Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist direkt in einem Unternehmen anwendbar oder so. Das ist das Unbreaking-Buch, das ist richtig krass teuer. Oder das ist schon direkt fertig und jeder kann meine Software zu Hause ausführen und so weiter. Das ist definitiv nicht der Fall. Also wir sprechen hier über Grundlagenforschung. Wir sprechen hier über die ersten Schritte in eine Richtung, wo dann andere Leute, zum Beispiel die angewandte Forschung, wie sie zum Beispiel mehr an Hochschulen betrieben wird, wie die dann, die sie dann fortführen können, um Resultate zu erzielen, okay? Das war eine ziemlich umständliche Erklärung dafür, um zu sagen, ja, ich mache halt Grundlagenforschung. Soweit, so einfach. Die viel spannendere Frage ist ja, wo ist der Mending Villager? Ne, ich weiß, wo der Mending Villager steht. Der steht hier ganz hinten. Die viel spannende Frage ist ja, welche Schritte müssten getan werden, damit jetzt quasi meine Forschung, also aktuell hast du ja eine sehr limitierte Ausdrucksmächtigkeit, wie du die Architektur modellieren kannst und dann packst du da irgendwie, gibt es hier noch ein freies Bett bei euch? Und dann kriegst du in einer halbwegs kryptischen Art und Weise in der Konsole eine Aussage darüber, oh geil, Level 30, danke, kriegst du eine halbwegs kryptische Aussage darüber, was mit deiner Vertraulichkeit ist, okay? Also wirklich ganz frühe Prototypen. Und die Frage ist, wann kann sowas Einzug erhalten? Und tatsächlich, die Antwort ist, üblicherweise dauert das mal ein Jahrzehnt. Also wir müssen von anderen Sachen aus diesem Bereich, die sich dann halt wirklich zehn Jahre hinziehen, bis das dann den Weg mal gefunden hat, muss natürlich nicht sein, aber kann halt schon. Ich frage gerade, ob ich irgendwie, soll ich nicht einfach noch ein Mending Buch mitnehmen? Ich meine, haben ist besser als nicht haben, oder? Wie gesagt, das kann sich tatsächlich etwas hinziehen. Das ist aber auch insofern gar nichts Besonderes. Und es gibt auch Sachen, die sehr viel schneller divergieren. Aber auch nochmal zur Erinnerung, falls es irgendwie gerade jemand sagt, aber AI und ChatGBT, also die Grundlagenforschung zu neuronalen Netzen stammt aus den was? Aus den 70er oder 80ern, ne? Hat einen Moment gedauert, bis das jeder zu Hause auf dem Smartphone nutzen kann. Also ja, es ist nicht mein Job, tatsächlich das zu sorgen, dass das irgendwie ein IDE ist. Also das hier jetzt hier in VS Code oder IntelliJ oder von mir aus sogar Eclipse, also was wir halt für unsere Forschungsprototypen nutzen, dass ihr das da direkt einsetzen könnt. Mein Job ist es vielmehr, dass ich die Grundlagen schaffe und darüber dann wissenschaftliche Papiere schreibe, damit dann andere Leute das vorsetzen können. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, die Uni verdient erstmal an diesen Forschungspapieren, also die macht da kein kommerzielles Produkt draus, wo sie dann irgendwie Geld damit verdienen könnte oder so. Ja, das ist alles nicht der Fall. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt meine eigene VS Code Integration schreiben. Ich könnte das zum Beispiel kompatibel machen zu CodeQL, was ja bereits von Microsoft gepusht wird seitens GitHub und auch in VS Code ausführbar ist. Und dann könnte ich das irgendwie in eine Integration schreiben. Aber ich würde dafür keine Credits bekommen quasi. Oder also die wissenschaftliche Welt würde das nicht in irgendeiner Form als krassen Durchbruch akzeptieren oder so, sondern die würden halt einfach sagen, okay, hast deine Zeit verschwendet, hast du dann besser deine Grundlagenforschung weitergemacht. Also das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, um diese Frage fertigzustellen, ja, es ist möglich. Und ja, garantiert, scroll mal ein bisschen in die Zukunft, würde es sowas geben. Aber es ist weder meine Aufgabe noch meine Kompetenz, sowas zu machen. Denn wir bauen keine Produktivprodukte so. Bei uns geht es darum, Produktivprodukte zu bauen und erstmal die Machbarkeit von Dingen herauszufinden. Das war eine umfangreiche Antwort, aber ich musste währenddessen auch gegen Zombies kämpfen. Es tut mir leid. Weiter geht es zur nächsten Frage. Also, ich hatte gerade eben schon gesagt, in IDEs oder sowas wird man jetzt meine Arbeit nicht sehen. Aber natürlich ist immer die Frage, kann man denn die Papiere, also die Forschungsergebnisse, die ich jetzt habe, kann man die einsehen? Und die Antwort ist ja und soll man tatsächlich auch. Ihr habt unten in der Videobeschreibung von jeder dieser Folgen einen Link. Der geht zu meiner eigenen Domain, sebastianhahler.de und dann slash research. Aktuell ist das nur eine Weiterleitung auf Google Scholar. Aber irgendwann soll es auch möglich sein, dass ich dort so eine Aufbereitung von all den Sachen habe und das auch ein bisschen vielleicht einfacher erkläre und so. Und auf Google Scholar ist aber schon eine Liste all meiner Papiere und die allermeisten sind öffentlich einsehbar. Hi, musst du erst die richtige Tasse finden. Okay, okay, sehr gut. Ich sehe, du hast schöne Rüstsäume. So was habe ich leider nicht mehr. Das ist sehr traurig. Bist du gestorben? Ja, eventuell. So, kurzer Cut. Ich dachte, oh Mann, mit Space ist es immer saulustig. Seitdem wir mehrfach dieselben Twitch-Zocken anhatten, wenn wir Sachen irgendwie zusammen gemacht haben, ist das so ein Running-Gag. Er hat mir ein Totem geschenkt. Das ist Craft Attack. Also genau das ist Craft Attack. Einfach so mittendrin in der Folge kurz auf Space zu treffen oder auf andere Leute, die hier in dieser Base spielen. Ey, keine Ahnung. Also wunderbar. Was habe ich eigentlich gerade eben geredet? Ich glaube über Papiere. Ja, okay. Also man schreibt dann halt irgendwie Papiere so und die veröffentlicht man dann. Und bei mir sind die fast alle öffentlich einsehbar. Eigentlich sollten alle öffentlich einsehbar sein. Aber schlag dich mal mit diesen ganzen Verlagen und dem ganzen Kram rum. Weil ich bin ja Helmholtz-finanziert. Das heißt, ich mache tatsächlich öffentliche Grundlagenforschung. Und die soll natürlich auch vom Steuerzahler, der dafür Geld zahlt, quasi einsehbar sein. Das ist so die Idee dahinter. Klappt. Klappt so semi. Meistens. Und leider ist hier kein Blaze-Powder da. Ich dachte, ich kann mir irgendwie... Ich glaube für eine Ender-Jazz braucht man ein Eye auf die Ender, ne? Da reicht nicht... Genau, dann braucht man ein Eye auf die Ender, dann braucht man Blaze-Powder. Ich war noch nie im Nether, um irgendwas zu farmen, muss man dazu sagen. Also ich habe irgendwie einmal mich auf der Nether-Dach bewegt oder so. Aber ich kann hier leider gerade von den anderen keinen Blaze-Powder klauen. Aber ey, ich habe jetzt ein Totem of Undying. Damit habe ich auch nicht gerechnet, ey. Total cool. Ach ja. Ich werde allerdings auch mal eine eigene Folge von Wild True dazu machen. Das kann ich vielleicht an der Stelle schon mal ankündigen. Eine eigene Folge Wild True, wo ich darauf eingehe, wie eigentlich dieser ganze Prozess funktioniert, welche Arten von Papieren es gibt, wie das so abläuft, was so die Pitfalls sind und wie viel dann diese Papiere auch wert sind. Also es gibt sehr viele Fragen, die man stellen kann im Bereich dieser Papiere. Und ich möchte mal... Also das ist auch ganz cool, weil das ist jetzt tatsächlich eine Idee, die quasi aus der Serie Minecraft-Forschung kommt, aber dann in Wild True demnächst mal verarbeitet werden wird. Schätze ich jetzt mal mal. Hoffe ich jedenfalls mal. Und das zeigt auch wieder, wie geil diese Sachen alle zusammenpassen. Und ich war der Meinung, dass ich als nächstes mit dem nächsten Buch Silk Touch habe. Habe ich hier noch irgendwo ein Buch rumliegen? Ich habe doch nicht alle Bücher mitgenommen. Habe ich alle Bücher mitgenommen? Bin ich dumm? Ich war der Meinung nämlich, Eukke sucht, Dead or Alive, die kann man auch verkraften. Ich verkrafte das nämlich alles nicht. Ich war der Meinung, dass ich mich extra zurückgehalten hatte mit dem Verzaubern. Ich habe hier so eine schöne Entscharting-Hürde, die habe zwar nicht ich gebaut, aber ich tue so, als wäre sie von mir. Aha, wusste ich es doch. Und dann kann ich mir ein Silk Touch Buch einfach so herstellen und spare mir die Emeralds. Sehr gut. Dann kann meine nächste Hacke vielleicht Silk Touch sein oder so. Okay, das zur Antwort, also eigentlich so indirekt. Also ja, man kann die Sachen lesen. Ja, sie sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und go for it. Schaut euch das gerne alles an. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr ja, wo ihr sie stellen könnt. Genau, hier in den Kommentaren. Ich habe übrigens auch richtig geile Fetter-Fordering bekommen. Hier in den Kommentaren und dann kann ich wieder in diesen Folgen hier drauf eingehen. So, ich habe auch eine Elytra, wie man hier sieht. Und ich habe Mending und ich habe Unbreaking. Und das wird jetzt kombiniert. Kombiniere, kombiniere. Oder da ist etwas im Busch. Okay. Mending Elytra und Unbreaking Elytra. Und wir nennen sie Fly wie eins Vogel. Sorry. Cool, das sind meine Elytra. Jetzt kann ich auch fliegen in diesem Projekt. Schätze ich. Habe ich schon lange wieder nicht mehr gemacht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Minecraft geflogen bin. Aber das machen wir jetzt einfach direkt mal. Und dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir das mit dem Equipment und mit dem Traden mal beides irgendwie abschließen können. Und ich mich zur nächsten Frage werfen kann. Aber erstmal fliegen wir kurz hoch. Das erste Mal, dass ich in dieser Welt die Welt von oben sehe. Das ist schon alles einfach geil. Ist das eine wunderschöne Stadt. Und einfach mittendrin zentral mein Dorf. Mein Haus. Das habe ich so gar nicht irgendwie kommen sehen. Aber es ist schon irgendwie mega nice. Das ist ja geil und erstmal schön wunderschöner Fallschaden. Mh, lecker. Nächste Frage. Und zwar, wo und wann findet eine Auswirkung von Unsicherheit statt? Während dem Bestehen der Unsicherheit oder nach einer Entscheidung? Da entscheide ich grundsätzlich zwischen zwei Arten. Also erstmal, was zielt diese Frage ab? Diese Frage zielt darauf ab. In meiner Analyse kann man ja Ungewissheiten spezifizieren. Und dann sage ich, ob die Vertraulichkeit immer noch hält. Das ist ja die Basic-Idee dahinter. Und ich habe eine Elytra. Das ist schon irgendwie cool. Und ja, ich kann jetzt fliegen, aber habe nicht allzu viel Raketen. Wäre da so wahrscheinlich mal irgendwann im Shop neue nachkaufen müssen. Aber das Ding mit dem Fliegen habe ich jetzt drin. Und das heißt, ich kann auch so wunderschön tief runtergleiten. Und habe nicht mehr allzu viel Fallschaden. Was ich irgendwie auch gut finde. Lassen wir mal kurz die Dodo-Liste auch raufmachen. Fällt mir gerade ein. Wir haben eigentlich Villager-Trading und besseres Equipment. Da haben wir beides abgeschlossen, oder? Villager-Trading? Ja, habe ich eigentlich auch gemacht. Doch, doch. Das heißt, wir bauen jetzt das Haus fertig, währenddessen ich auf die weiteren Fragen eingehe. Haha. Ich sage bei mir immer, dass es so ungefähr zwei relevante Arten von den Quellen für Ungewissheiten gibt. Und das eine ist quasi außerhalb des Systems. Ungewissheiten wegen Daten, die ich messe. Weil echte Menschen dieses System auch nutzen und so weiter. Solange du nicht komplett isoliert arbeitest, und das tust du halt eigentlich nie, musst du damit rechnen, dass du Ungewissheiten hast. Und ich muss jetzt die wieder ausziehen und in den Keller gehen, weil ich brauche Redstone für das, was ich hier bauen möchte. Muss damit ausgehen, dass du Ungewissheiten hast. Und das ist quasi bei mir einer der beiden großen Quellen von Ungewissheit. Die andere große Quelle, das ist, wenn man ein System vielleicht noch nicht vollständig entworfen hat oder irgendwas erweitert und Entscheidungen offen sind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, ja okay, also hier gibt es gerade irgendwie, ups, ich habe das Ding ja noch eingeblendet. Meine Güte. Das ist auch eine der Möglichkeiten, wenn man sagen kann, ja okay, also hier gibt es gerade irgendwie also mehrere Pfade und welche ist jetzt der richtige? Auch das ist eine Form von Ungewissheit. Und hier ist hoffentlich noch irgendwo Redstone noch nicht erfarmt, wo wir uns ein bisschen bedienen können. Ich hoffe einfach mal. Sag mal, diese Blöcke hier, kann ich die nicht auch mitnehmen? Das ist doch Moos. Ja, dachte ich doch. Weil Moos brauchen wir nämlich für unser Dach. Haha, ist das geil. Da farm ich einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, dass das hier nicht irgendwie der Versuch von jemandem war, das hier schön zu bauen, aber es sieht eher so aus, als wäre es natürlich gespawnt. Wenn nicht, machen wir einfach alles kaputt. Das ist ja auch so mein Ding. Einfach Dinge planlos kaputt zu machen. Die Antwort auf die Frage ist also, die Quellen, also ich unterscheide immer zwischen Quellen und Auswirkungen. Die Quelle kann tatsächlich erstmal überall sein. Und dann gibt es natürlich noch den Unterschied zwischen der Auswirkung, weil die Auswirkung einer Ungewissheit, die muss nicht an derselben Stelle im System sein, wie die Quelle ist. Das ist auch einer der zentralen Bestandteile der Idee von Ungewissheitspropagation, dass man, und ja, ich habe übrigens ein Tetscher-Pack, warum mein Totem nicht angezeigt wird, das ist kein Bug. Das ist eine der wesentlichen Ideen von Propagation, dass diese Stellen eben unterschiedlich sein können. Und da muss man irgendwie mit umgehen, alternativ wird man keine guten Aussagen über die Ungewissheit machen können. So, war das jetzt alles irgendwie nachvollziehbar mit der Frage Auswirkung von Ungewissheit? Ich hoffe schon, weil jetzt muss ich mich nämlich mal kurz hier ein bisschen auf das Gameplay konzentrieren. Hier wird doch wohl irgendwo noch ein nicht abgebauter Redstone rumliegen. Ich brauche echt nicht viel. Und ich habe auch eine Fortune-Spitzhacke. Und da ist ein Creeper. Top. Aber ich brauche... Ach, da ist Redstone. Perfekt. Aber ich brauche irgendwo ein bisschen Redstone. Da oben ist einfach so eine Artisten-Höhle, ey. Oh, ich glaube, das könnte sogar schon reichen, was ich hier an Redstone habe. Guck mal. 33! Ja, geil. Da kann ich direkt wieder zurücklaufen. Also hier ist es gerade leider nicht safe, den Bildschirm zu wechseln, um die nächste Frage vorzulesen. Deswegen stelle ich stattdessen eine Frage. Wie sieht es aus? Ich habe das gerade eben schon mal vor 10 Minuten gefeiert. Aber vielleicht haben sich ja nicht alle dazu überreden lassen, einen Kommentar zu schreiben. Für mich persönlich, also ich habe gerade sehr viel Spaß in Vanilla Minecraft, weil ich das halt alles nicht kenne und weil hier alle so freundlich sind auf dem Server und weil es einfach super viel Spaß macht, hier mit anderen dann zusammen zu spielen. Klar wird das alles irgendwie auch wieder mit der Zeit ein bisschen einschlafen. Jeder kann Craft Attack, jeder weiß, wie es läuft. Aber bis jetzt macht mir das alles extrem viel Spaß. Deswegen Craft Attack weiterhin oder hin und wieder mal als Basis für diese Folgen hier. Ja, nein, vielleicht. Scheißidee. Immer machen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich glaube, jetzt bin ich safe genug, um die nächste Frage vorzulesen. Die, da lautet, welche Art von Ergebnis gibt deine Analyse aus? Handelt es sich dabei um eine probabilistische Einschätzung oder handelt es sich um ein deterministisches Modell, deren Ergebnis klar ein Vertraulichkeitsproblem in diesem Bereich nachweist? Also erst mal, das mit dem Nachweisen, das ist echt eine extrem schwierige Nummer. Weil, also fairerweise muss man sagen, also beweisen tut man hier gar nichts. Man gibt nur Indikatoren aus. Man sagt, hier könnte ein Vertraulichkeitsproblem sein. Guck hier mal besser nochmal genauer hin. Also das ist nichts Formales. Wir haben hier mit Echtweltsystemen zu tun. Das ist alles höchstens Validierung oder empirische Evidenz. Aber das ist nichts Formales, wo man wirklich sagen könnte, hier wurde bewiesen, dass hier ein Vertraulichkeitsproblem darliegt. So, also das vielleicht erst mal dazu. Dann ist natürlich auch die Frage, wie ist das denn jetzt? Welche Arten von Aussagen kann ich denn machen? Also die Frage geht hier insbesondere, ob ich quasi nur sagen kann, hier ist ein Problem oder sagen kann, hier gibt es in den und den möglichen Szenarien ein Problem oder ob ich knallhart sagen kann, hier gibt es zu 8% Wahrscheinlichkeit ein Problem. Fix das mal besser, du Arsch. So, und die Antwort ist, alles ist richtig. Und das ist eine der Sachen, an denen ich gerade momentan am meisten dran arbeite, dass alles innerhalb von einer Analyse geht und eigentlich auch nur davon abhängig ist, wie viel die Person, die meine Analyse nutzt, wie viel Wissen die selbst über die Ungewissheit hat und wie viel Ungewissen die in die Analyse reingesteckt hat. Einfachstes Beispiel hier wieder, du weißt nur, okay, hier, das ist eine Quelle von Ungewissheit, die habe ich schon mal identifiziert und der möchte ich mich jetzt hier widmen, die möchte ich analysieren, dann ist das okay. Dann kriegst du genauso eine Aussage am Schluss raus. Oder wenn du präzisere Aussagen machen kannst, wie zum Beispiel, ja, das ist eine Quelle von Ungewissheit und ich kann mir vorstellen, dass das die oder die Auswirkung oder die oder die Outcome, sage ich mal, hat, dann ist das auch okay. Und dann wirst du eine Aussage darüber bekommen, was in den und den Szenarien denn dann eigentlich Sache ist. Oder, ich denke dir, das geht? Ja, ich denke, das geht schon. Oder wenn du noch einen Schritt weiter sogar sagen kannst, ja, hier gibt es zwei Szenarien, gehen wir mal in die Performance-Welt irgendwie. Ich habe hier eine Cloud-Plattform und 90% der Zugriffe, habe ich gemessen, sind lesend und 10% sind schreibend. Dann kann ich da auf einmal probabilistische Aussagen drüber machen. Auch sowas geht, wenn man sich Ungewissheit anguckt. Habe ich keine weitere Kiste? Das ist ja schwach. Sowas geht genauso, wenn man sich Ungewissheit anguckt. Und all solche Sachen kann man aber bei mir tatsächlich im selben Modell, also in derselben Erweiterung der vorhin in der Analyse ausdrücken. Und das ist natürlich mega cool, weil das erlaubt dann am Schluss, dass man diese Aussagen verfeinern kann. Und dann bekommt man eine bessere oder schlechtere Aussage über die Vertraulichkeit des Gesamtsystems. Ich gucke noch mal kurz drauf. Ich glaube, damit habe ich tatsächlich die Antwort schon gegeben. Aktuell muss man natürlich fairerweise dazu sagen, ist das alles wirklich total premature. Also das ist ja klar. Also momentan, da kann man viele... Okay, geht das noch besser? Also ihr seht auch, was ich hier hinaus möchte, ne? Ich möchte, dass ich hier irgendwie... Ja, das ist alles nicht ganz so geil, aber... Aber ich denke, es passt. Irgendwie wäre es cooler, wenn man direkt hier rankäme. Ich könnte hier die Kiste reinstellen. Oh, guck mal. Weil ich meine, hier ist ja nur Erde. Hat der mir gerade eben... Ey! Das ist doch so kurz. Und die springen auch noch rein, ey. Man muss dazu sagen, das hier unter mir ist eigentlich ein öffentlicher Chanting-Raum von der ganzen Bay. Aber weil die das halt... Als ich mein Haus hier schon angefangen habe zu bauen, unter mein Haus drunter gebaut haben, habe ich mir einfach eine Leiter reingebaut. Und jetzt tue ich so, als würde das mir gehören. Aber eigentlich tue es das gar nicht. Also man kann in meinem Keller ganz normal entchanten. Naja. Dinge, die man eben so tut. Dafür habe ich immer coole Sound-Effekte dann hier unten. Ich glaube, das beantwortet die Frage aber tatsächlich. Bevor ich jetzt das Ding hier irgendwie fertig baue, das hat sich jetzt... Ich hätte die Kiste gerne hier. So. Und jetzt ist natürlich noch die große Frage. Warte mal. Kann ich nicht eine Barrel dahin stellen? Eine Barrel hat doch genauso viel Platz wie eine Chest, aber man kann einfach drauf rechts klicken. Hä, das ist ja das OP-ste überhaupt. Warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Ich bin so dumm. Zack. Jetzt kommt hier eine Barrel rein. Mittlerweile ist Minecraft ja weit genug. Hä, ist das cool. Okay. Ich crafte eben kurz die Barrel und dann widme ich mich der nächsten großen Frage. Und ich glaube, das ist sogar die letzte große Frage. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Barrel. So. Zack. Können gleich zwei machen. Nicht so knausern. Ich bin halbwegs reich in diesem Projekt. Glaube ich. Die nächste große und glaube ich, die letzte große Frage lautet Inwiefern spielt Ungewissheit in deinem Modell selbst eine Rolle? Welche Annahmen triffst du das Modell? Wie würdest du andere Annahmen zum Beispiel Beschreibungen von Ungewissheiten selbst zu anderen Ergebnissen kommen? Das ist auch tatsächlich eine sehr ähnliche Frage dazu. Wurde vor kurzem bei meinem letzten Ups. Wollt nicht, dass ihr mich groß seht. Also ich meine, könnt ihr immer, aber eine ähnliche große Frage wurde bei meinem letzten Paper-Vortrag da, wo ich in Australien war, wurde dort gestellt. Und da war die Frage auch, inwiefern es von, also was ist, wenn der Architekt einen Fehler macht bei der Nutzung meiner Forschung? Also bedeutet das dann, dass die Ergebnisse gar nicht mehr verwertbar sind? Also die Annahme quasi, dass man ausreichend Wissen über die Ungewissheit hat, um überhaupt eine Aussage darüber treffen zu können oder so. Und auch die Antwort hier ist, it depends. Was habt ihr denn gedacht, dass ihr irgendwie eine schöne Antwort darauf bekommt? It depends. Und zwar kann es natürlich schon sein, dass, so warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen überlegen. Wie kriege ich das hin, dass ich jetzt hier nur einen Button hinpacken muss? Da bräuchte ich einen T-Flipflop. Aber ich kriege hier in dem kurzen Platz keinen T-Flipflop gebaut. Wo könnte ich hier noch guten Schalter verstecken? Ich muss mal kurz die Frage unterbrechen, um mich ein bisschen der Minecraft-Geschichte hier zu widmen. Also ich könnte natürlich hier total unauffällig einen Schalter hinpacken. Ich könnte ihn auch hier hinpacken, weil er drunter, ja, ich packe einfach da einen Schalter hin und gut ist. Also das geht jetzt gerade einfach nur darum, dass ich irgendwie mein, ähm, muss das mittlerweile mit Cleanstone gebaut? Nö. Dass ich hier einfach irgendwie meine, meine Kiste mit meinen reichsten Sachen irgendwo mal hinpacke, damit das nicht so total offensichtlich rumsteht. Weil überraschenderweise wurde hier noch gar nichts gestohlen. Ich habe ja auch nichts wertvolles, muss man fairerweise dazu sagen. Aber überraschenderweise wurde hier quasi noch gar nichts gestohlen und ich möchte das gerne beibehalten. Das ist alles, was ich hier gerade eben mache. So, machen wir hier mal eben einen Cobblestone. Ich habe nämlich tatsächlich nicht einen einzigen Cobblestone. Dann machen wir den Lever einfach da hin. Ja, das sieht ein kleines bisschen verdächtig aus, dass hier so ein Hebel ist. Aber ich denke, das passt schon. Und dann machen wir aber, ähm, hohohoho, knapp, machen wir hier eine Fackel hin mit dem Redstone, den ich gefarmt habe. Weil ich, äh, lieber möchte, dass der Hebel die meiste Zeit aus ist. Bisschen, bisschen Minecraft, bisschen quasi hier Digitaltechnik, während ich über ein ganz anderes Genre der Informatik rede. Lustig. Haia, sieht man gar nicht. Sieht so aus, als würde man hier durchgehen. Aber in Wirklichkeit ist hier eine Barrel dahinter. Sehr gut. Okay, jetzt muss man nur noch den Redstone hier legen. Zack. Und jetzt. Aha. Geil. Ja, cool. Man muss nur aufpassen, dass man hier nicht den Zaun umlegt. So, jetzt machen wir das hier zu. Oh, upsie. Ja, das ist natürlich ein Problem. Oh mein Gott, ey. Ich habe so ein Glück, teilweise, was hier den Platz angeht. hat niemand gesehen. Cool. Es ist so eine knappe Nummer, ne? Das liebe ich an Redstone, wenn das so minimalistisch versteckt irgendwo ist. Tja, hier ist nichts. Zack. Hebel umgelegt. Und dann kommt man hier seitlich an der Hitbox vorbei. Die Hitbox der Leiter ist ein echtes Problem. Kommt man hier an die Barrel ran, wo ich jetzt alle meine Reichtümer reinpacken kann. Oh, ist das cool. Also gut, versuchen wir mal noch die allerletzte Frage zu beantworten. Was ist, wenn der Architekt einen Fehler macht? Also, es kommt darauf an, wieder, wo in der Phase man einen Fehler macht. Zum Beispiel, wenn das in der frühen Phase schief geht, dann macht das gar keinen so großen Unterschied, weil diese ersten, diese erste Auswirkungsanalyse, diese ersten Erkenntnisse über die Beschaffenheit und Ausbreitung der Ungewissheit, die ist erstmal gar nicht so kritisch. Das heißt, da sind die Aussagen eh noch nicht so präzise genug, dass da Fehler eine große Auswirkung hätten. Aber, je später das passiert, desto kritischer ist das Ganze natürlich. Und gerade bei den feineren, detaillierteren Analysen ist das dann natürlich doch tatsächlich eher ein Problem. Aber das hat man eigentlich immer, wenn man sich mit dieser Art von Ungewissheit und so weiter rumschlägt. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich, sage ich mal, schlechter bin als andere Ansätze, sondern damit haben die Leute halt schon immer zu kämpfen. Und natürlich kann ich versuchen, und das mache ich auch, zum Beispiel durch Typisierung, das ist ein Klassiker, dass das irgendwie so leichtgewichtig wie möglich funktioniert und die Wahrscheinlichkeit, warum habe ich das im Moment, ich weiß es nicht, dass man etwas falsch macht, durch den Tool-Support natürlich auch verringert wird. Vollständig verhindern, so, kann man es natürlich nicht, das liegt in der Natur der Sache. Und ich glaube, damit habe ich die Frage auch adressiert. Ja, und alles andere ist natürlich tatsächlich basierend auf dem Formalismus, den wir nutzen für die Analyse. Also man könnte ja auch sagen, was ist, wenn jetzt eine ganz neue Art Ungewissheit dazukommt, wäre ja auch eine Annahme, dass ich alle schon identifiziert habe, was ja totaler Schwachsinn ist. Stattdessen sage ich, es gibt nur so und so viele Modellelemente, wo sich eine Ungewissheit tatsächlich darauf auswirken kann, wo man einen Unterschied tatsächlich messen können würde. Und ich sage, da habe ich alle identifiziert. Und dann kann natürlich ich was übersehen haben, aber solange quasi das Modell, was die Basis selbst für die Analyse ist, solange sich das nicht ändert, wird man da keinen Unterschied feststellen. Und ich glaube, das ist eine Annahme, die hält und die auch vertretbar ist. So, und während ich mich jetzt hier ins Bett lege, ich glaube, ich bin bei der letzten Frage angekommen, genau, weil ich ja gesagt habe, ihr sollt W-Kommentare schreiben, damit ich es einfacher habe zum Scannen, wenn irgendein Kommentar mit W anfängt, was, wie, wer, warum, dann habe ich es ein bisschen leichter darauf einzugehen und ich fand es einfach zu geil. Obligatorischer W-Kommentar, WTF. Ja, ähm, ich bin, ich, ich verstehe absolut, dass das, ähm, vielleicht, ähm, Chat Validation Error. Irgendwie ist mein Chat kaputt. Ich kann auch aufschreiben. Und da steht hier, chested stable to missing profile public key. Ich habe keine Ahnung, was, äh, was hier das Problem ist, aber, äh, ja, äh, ich kann, ich kann irgendwie nicht, nicht meinen Chat lesen. Ich sollte das vielleicht mal googeln, was eigentlich mein Problem ist. Äh, ich bin durch, Leute. Ich bin durch mit dem Beantworten der ersten Ladung an Fragen. Ich hoffe, ich habe, ähm, das halbwegs gut beantwortet und eure Fragen irgendwie geklärt. Äh, das Haus ist überhaupt nicht fertig. Das hatte ich gedacht, dass ich das irgendwie hier auch noch para... Okay. Dass ich das irgendwie auch noch parallel hier auf die Reihe bekomme, aber, äh, ja gut, äh, das geht natürlich dann einfach morgen weiter. Diese Folge ist jetzt gerade um 13 Uhr. Wir sind gerade 13 Uhr. Ich bin jetzt gerade fertig geworden. Äh, morgen bin ich wieder live mit Craft Attack. Kommt sehr gerne vorbei. Dann werden wir das Haus fertig bauen. Und, äh, wir sehen uns hier vielleicht nächste, vielleicht übernächste Woche. Man weiß es nie. Also, aktuell ist echt krass. Ich war jetzt die letzten vier Wochen quasi gar nicht zu Hause, so. Ich war erst auf einem Tag, auf einer Tagung eine Woche, dann eine Woche auf einem Seminar. Dann eine Woche war erste Semesterwoche, wo ich quasi nur rumrotiert bin für die Lehre. Und diese Woche haben wir eine Konferenz in Karlsruhe organisiert, wo auch wieder wild war. Ähm, ja, ich versuch's, ja. Aber, also, mein Leben aktuell ist einfach nur purer Stress. Und ich hoffe, dass ich das irgendwann ein bisschen abgestellt bekomme. Äh, by the way, die Farbgebung, hier dieses wunderschöne Tageslicht mit dem Blau und hier Blau und hier dann so Richtung Weiß und hier Gelb. Ich liebe diese Szenerie. Egal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.